Leute, es geht weiter mit einer Amnesia Custom Story, und zwar House of Creep. Ich wurde dazu genötigt, diese Custom Story zu spielen, genauso wie die zwei weiteren folgenden. Leider diesmal ohne Webcam-Action, da ich gerade gemerkt habe, dass meine Webcam kaputt ist. Und ich spiele es sowieso in einem dunklen Zimmer, und das habe ich gerade abgeschlossen. Und ich muss mal eben den Schrank dazu machen. Okay, der Schrank ist zu. Falls ihr euch erschreckt, weil ich so schrei wie so ein Kind, ne? Also, dieses Spiel macht mich fertig. Also das mal am Rande, es wird mich fertig machen, deswegen werde ich oft kindlich weiblich schreien. House of Creep mit YouTube slash Harry... Hey, hey, Harry. Bro, I find you sleeping in the woods, then I took you in the House of Creep to play with you. What? Ach ja, und mein Englisch ist für'n Arsch. Also, ich könnte mich ruhig auslaufen, wenn ich mal was falsch sage. Okay. Ein Schrank. Ich hab... Ich hab noch... Es ist noch nichts passiert, aber ich... ...krieg schon richtig Panik. Okay. Habe ich das auch auf den richtigen Einstellungen? Das heißt... Oh, gut. Ein Schrank lässt man immer offen. Was ist das? Eine kleine Öllampe. Und ein Zettel. If you read this, you woke up and you're only way out of the... Out of fear is to manage the House of Creep. Good luck you are happy death. Du Scheiße. Haha. 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 Stefano, ey, geil. Und ne Laterne. Find ich schon mal gut. Ich krieg Angst. Kleine Öllampe. Öl. Und Tenderboxen. Äh, äh. Tenderbox. Tenderbox. Tenderboxes. Ähm. Unten, unnützes Buch. Ja. Okay. Oh, genau. Erstmal die Laterne befüllen. Dann einfach. Warum spiele ich das überhaupt? Du hast Beutal gefüllt. Du kannst die Kiste mit wemvervollen Gegenständen öffnen. Ich darf das gar nicht spielen. Das ist nicht gut. Na, Vernunft dran. Fängt schon gut an. Da ist schon... Da ist so viel... Da ist so viel... Ich hab ne. Das ist schon wieder... Hup. Was ist dat? Ne zerbrochene... Dingens hier. Baa. Ja, ja. Hallo? Ah! Liege Scheiße! Scheiße! Meine Fresse. Alter, nein. Puh. Ich bin wieder voll drin, ey. Hm? Achso. Okay. Ich trau diesen Typen nicht. Mal gucken, ob da was drunter ist. Hallo? Hallo? Sich hier ist die ... Was? Bisschen Make-Kir-Und? Da eigentlich. Echt eine Stadt kann nicht hier verwendet werden. Genau, das. Dann für die Tür. Dann für ... Dann für die Tür. Hallo? 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 Ich hab Angst, ganz viel Angst, ganz viel Angst! Hab ich hier irgendeinen Raum vergessen. Äh. Ne, da war nix hinter. Boah, ich bin so verschwenderisch mit meinem Öl. Guck mir hier Lichtquellen an. Mach uf! Hä? Ach du Scheiße. Ich will ja raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das ein Puffer? Also so ein verpuffender? Ich glaube nicht. Äh, 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 äh. Äh, äh. Möw- Uhhhhhh. Der ist da noch. Der Gute hat kein Öl mehr. Oh scheiße. Alter nein. Ich hab Angst, ich kann da nicht hin, so lange der ist hier. Scheiße nein. Ich will ja eigentlich dahin und so hinterhin die Tür zu schließen. Ganz vorsichtig. Du bist nicht hier. Fuck, Alter. Ganz ruhig. Ähm, ja, wir sind hier in so einem Schrank. Und... Ich glaub nicht, dass das ein Puffer ist. Ah, das ist kein Puffer. Scheiße. Scheiße. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich muss in diesen Raum. Oh, ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020